Hallo meine lieben Freunde und hier sind wir wieder bei Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Wir waren ja letztes Mal bei der Nacht jetzt stehen geblieben und wollten mal sagen wir machen jetzt mal weiter. Also los geht's. Okay, da sind wir auch schon. Na, abends, Skyrider-LP. Die der Zombies geben einfach nicht auf, was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Und zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pusteblumen. Pflanze davon so viele wie möglich. Okay, ihr habt ja gehört. Wir müssen jetzt... Wir müssen ja jetzt hier so machen. Erstmal die Pusteblumen. Dann hier, 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 hier und hier. Nicht zu vergessen. So, weiter. Los geht's. Wie man sieht, die Pusteblumen sind ja kostenlos. Also müssen wir nicht... Ihr wisst schon. Keine Sonnenstückchen... Sonnenstückchen verbrauchen. Jetzt habe ich. So, jetzt... So, jetzt... Müssen wir jetzt noch hier und hier und das und das und das. Und schuldige, dass es eine Weile gedauert hat jetzt. Aber das macht sicher auch nichts. Ich habe jetzt nur ein paar Tage, also eine Woche oder so aufgehört. So, jetzt hört mal hier. Ich hoffe, das macht euch wirklich nichts aus. Und das ist mir auch nicht aufgefallen. Okay. Dann auch hier und hier. So. Jetzt können wir erstmal ein bisschen warten. Jetzt sammeln wir mal die da ein. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Jetzt hier noch. Das denken die nur so. Das denken die nur so. Das kann ja nicht so lange dauern. Achso, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Äh, ja. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich die Zeit nicht eingestellt habe. Also, ja. Und mir ist gar nicht aufgefallen. Hä? Hä? Okay. So weit, so gut. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. Ich bin wirklich Epilepsiker. Also, wundert euch nicht, falls ich mal verschwommen rede. Gib dir zuerst keine, ähm, kleine, später normale Sonnen. Ey, du hast schon Münzen für 270 gesammelt. Und wenn du 750 Samen zusammen hast, verkauf ich dir was echt Feines. Okay. Diesmal nehmen wir die hier. Wieder das, 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 das und das. das Feine ist, dass wir dann, ähm, eine, eine Blume mehr dazu, dabei haben können. Okay. Okay. Tja. Tja. So, ein Paquetas. Äh. 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 Wundert euch nicht, ich gebe mal ein bisschen zur Seite. Okay. So weit, zu gut. Oh. 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 Okay, so weit, zu gut. bei den überhaupt viel größer und wenn die hätten wenn die dann wachsen dann dann kriegen wir mehr sondern da das größer geworden also nächstes größer gewonnen immer eins nach den anderen ja ja ok das kann ja nicht zu lange dauern also ok es ist gleich die hälfte rum und nein ich habe jetzt nicht an die nase gekratzt sondern davor vor den löchern nur hat es ein bisschen gejuckt also wundert euch jetzt nicht wieso ich das gesagt habe ich weiß es nämlich auch nicht wieso ich so eine scheiße erzähle man jetzt juckt es von mir jetzt reicht aber ok 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 das kann ja nicht so schwer sein ich glaube das können wir lassen Territorium ein bisschen vergrößern und dann müsste das reichen ok ok Ich hoffe, das reicht jetzt für den da. Die habe ich ja voll vergessen. Dass es die auch noch gibt. Ah ja, das müsste reichen. Oh Mann, ey. Keine Hoffnung, dass es reicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht. Okay, so weit, so gut. Ich weiß nicht. Oh, wacke. Ne, das müsste reichen. Ah, komm. Wir machen nur das hier noch und... Okay. Ach so, jetzt. Wir machen nur kurz, wie gesagt, die Reihe noch hier durch. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Sorry, ich muss mal schauen, wie gesagt, genau. Das kann nur eins heißen. Das kann nur eins heißen. Ich will ja auch. Eine Reihe schon mal gesichert. Das noch und hier. Ah, gut. Ah, gut. Das wird nicht so lang dauern, dieses Level. Oh. Oh. Hier noch. Hier noch. Und. Gut. Die haben wir schon mal... Alle. Die haben wir schon mal... Okay. Ja. Oh. 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 So, jetzt haben wir's. noch mal hier zur sicherheit zur sicherheit noch mal da und da und da das war mir sowas von klar jetzt ist jetzt nicht so ohne dass ich mir groß geworden okay das kann jetzt eine weise dauern oder auch nicht und 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 Okay. Das noch. Ah, jetzt. Da unten ist noch wieder einer. Okay. Das soll nämlich gleiches ein. Und das und jetzt. Jetzt. Eingesammelt. Moment. Moment. Pflanze ihn. Also. Grabfresser. Pflanze ihn auf einen Grab, um es zu entfernen. Ja. Aber ich würde mal sagen, das war's für heute jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo oder einen Kommentar gebt, wie für euch das Video dann so war. Und dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.